Ja, moin moin und herzlich willkommen wieder zu einer Runde MechWarrior Online mit dem Daniel von BadPokerFaceGaming, ne, und so. Es gab wieder einen kleinen Patch. Ja, die Jungs haben jetzt, glaube ich, den vierten Patch innerhalb von sechs Wochen oder so was, oder von fünf Wochen rausgehauen. Das ist ziemlich krass, finde ich. So, und was hat uns dieser Patch gebracht? Ihr seht hier schon einen neuen Mech, den Golden Boy, auf Basis des Kintaro. Ja, der Kintaro, der kommt bald wieder als normaler Mech. Er ist als Hero-Mech, so wie sie es beim Victor schon gemacht hatten, mit dem Dragon Slayer. Finde ich, wie gesagt, ein ganz interessantes System. Gerade für Let's Player. Ja, und den möchte ich euch jetzt mal ganz kurz zeigen. Also, erstmal eben MechLab vorstellen, dann zeige ich ihn euch gleich auf dem Schlachtfeld. Ich habe ihn schon ein paar Mal gefahren. Ist ganz cool eigentlich. Was hat er mit Waffnungen? Also, er ist sehr, sehr, sehr raketenlastig, deswegen heißt er bei mir Rocket Boy. Er hat zwei SRM4 im Torso und drei SRM6. Dazu noch drei Medium Pulslaser. Was ihm ziemlich, ziemlich, ziemlich miese Feuerkraft von 70 verschafft. Aber eine relativ dumpfe Yeet-Effizienz von 1,12. Das ist auch eines der größeren Probleme, die ich euch zeigen werde. Er hat dafür eine relativ geile Panzerung. Und ein Speed, der für Medium relativ nah nicht so toll ist. Was aber in meinem Fitting, was ich mir so überlegt habe, auch eines der kleineren Probleme sein wird. Ja, es ist ein Medium Mech mit 55 Tonnen. Einer der wenigen Medium Mechs, die ich mir immer wieder gegönnt habe. Weil ich habe mich eigentlich so mittlerweile auf, auf, ich habe an allem Gefallen gefunden, außer an den Mediums. Ich mag den Jänner, ich mag die Assaults in Form des Victoros. Der Highlander war auch cool. Ich mag Heavies. Nur Mediums. Da ist noch nichts bei, wo ich jetzt sagen würde, Neat. Aber der Kintaro, respektive der Golden Boy, ist eine Sache, wo ich echt irgendwie Potenzial drin sehe. So. Also das erstmal zum Mech. Was haben wir noch im Patch? Wir haben eine große Sache. Und zwar 12 gegen 12 ist live. Habe ich auch schon ein, zwei Matches gefahren. Ist eigentlich eine ganz, ganz, ganz krasse Sache. Gerade auf den, auf den, äh, größeren Maps wie Alpine Peaks und, ähm, Terra Therma. Man kann natürlich immer noch das Bech haben, dass man quasi gegeneinander rotiert. Allerdings, ähm, ist das Konfliktpotenzial mit mehr Mechs weitaus größer. Was ich sehr, sehr, sehr cool finde. Und, äh, wenn es gerade auch auf den, auf den kleineren Maps, äh, clasht wie jetzt, äh, Frozen City. Da geht Party. Da geht Party richtig los. So. Das war das. Also neuer Mech. Äh, neues Feature im Sinne von 12 von 12. Ähm, ja, Triamax wurden wieder durchrotiert. Und, ähm, jetzt haben sie beim Gameplay haben sie auch noch ein bisschen, ähm, umgebastelt. Und zwar, äh, ganz viel mit Waffen. Ähm, mit Base Heat und, ähm, Duration von Waffen, also von den Medpulslasern in erster Linie und Largepulslaser. Ähm, die SRMs haben jetzt ein, also die Sechser und Vierer haben jetzt ein Shared, äh, Alpha. Ähm, also dieses Alpha-Limit, bevor es schmerzhaft wird, wurde zusammengelegt. Ähm, dann haben sie noch, ähm, 15% des kritischen Schadens, der zu einer Mich-Komponente ausgeteilt wird, geht jetzt direkt durch zur internen Struktur. Das heißt, ähm, der kritische Schaden, der auf einen, 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 einen Arm, sag ich jetzt mal, einwirkt, geht direkt durch. Also der bleibt nicht alles an der Panzerung hängen, sondern der wird auch direkt ein Teil davon durchgeschickt zur internen Struktur. So, ähm, was haben sie noch gemacht? Äh, düm, düm, düm. Ähm, das ist, äh, die, 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 ähm, Siebel Rewards für Kill, ähm, Assist für Spotten und sowas haben sie auch erhöht. So wie ich das gestern schon gesehen hab. Und, ja, was haben wir noch? Assault Mode Base, ähm, also, also, das, das Basen Capturen im Assault Modus dauert länger. Äh, das Conquest Capturen von den Punkten dauert auch länger. Dann haben sie die Performance noch ein bisschen hochgeschraubt, ein paar Bugfixes erledigt. Und wir haben noch ein neues Feature. Ihr fragt euch bestimmt jetzt hier, was hier dieses XP mal zwei bedeutet. Wir haben jetzt das Feature erster Sieg des Tages Doppel-XP. War es man auch schon von, ähm, World of Tanks. Da war es, glaube ich, auch XP oder ich war es Kohle. Ich bin mir gar nicht sicher, was man aber auch daher schon kennt. Altes System, daher aber noch lange kein schlechtes System. Okay, und, ähm, aber ganz ehrlich, bevor wir uns jetzt hier lange aufhalten, würde ich sagen, fahren wir den God Boy über den Gittert auch mal aus. Und wir sehen uns gleich auf dem Schlachtfeld. Und das ist Forest Colony Snow. Sehr schick, sehr schick, sehr schick. Was allerdings im Assault mit zwölf Spielern jetzt doch interessant werden könnte. Weil voll und so. Egal, ich will es jetzt noch nicht werten, ich lasse mich überraschen. Boah, das könnte aber, das könnte echt interessant werden. Und ich sollte mir jetzt echt mal überlegen, mal öfters Airstrikes und Artillery Strikes mitzunehmen. Weil gerade auf den kleinen Maps, da ballen sich die Maps ja doch schon. Und da ein Airstrike rein. Ah, das könnte ganz, 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 ganz interessant sein. So, die Blackscreens am Anfang der Runde sind aber auch länger geworden, habe ich festgestellt. Also zwischen, zwischen Ladebildschirm und Start. Ja. Alles Omnomnomnominal. So. Dim, dim, dim. Da, Wiesentrupp. Wo gehen wir lang? Ah! Oh Gott, nein, der alte, alte F4-Joke. Oh Gott, nein. So, wer darauf noch reinfällt, der ist selber schuld. So. Wir marchieren. Und ich habe wieder so einen Drecks-Team-Attacker. So ein Bullshit. Das ist natürlich jetzt auch die Chance, wenn man zwölfmal den Team hat, da hat man auch die Chance, dass mehr Trolle dabei sind. Tolle Wurst. So. Und. Ich bin mal gespannt. Och, Mann. Toll. Was habe ich denn hier? Ich habe hier irgendwie eine Mischung aus Team-Attacker und AFK-Land in meinem Team. Das wird eine, eine total töfte, knorkelrunde. Habe ich das Gefühl. Ja, da, 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 da. Ich laufe einfach mal dem Highlander hinterher. Ich komme mir mit 64 kmh im Medium echt viel, viel, viel zu langsam vor. Da habe ich noch kein AMS dabei. Wow. Und das ist, ich fahre die einmal immer für euch Vanilla, um zu sehen, oder um euch zu zeigen, wie er sich jetzt in Stockvariante fahren würde. Wo die Probleme gegebenenfalls liegen würden. Oh Gott, das war ein Alpha. Nö. Und dann werde ich ihn umfitten. Warum rennt er jetzt nach vorne? Das war nicht so gut. Ja, ich weiß. Incoming Missile. Das war jetzt Fingersalat. Auf die 1 kommen die Pulslaser. Die SM6. Kommen auf die 2. Und die SM4 kommen auf die 3. So. Zack, zack. Das gibt zwar einen scheiß hohen Alpha. Aber egal. Oh, steht 1, 2, 1. Noch relativ ausgeglichen. Ich habe hier nichts in Reichweite von meinen Waffen. Und das ist eins der Probleme von dieser Waffenkonfiguration. Ich habe auf kurze Reichweite extrem viel Feuerkraft. Aber auf mittlere habe ich schon wenig. Und auf lange Distanz habe ich gar nichts. Also meine längste Reichweite ist glaube ich 360 Meter, die ich hier raushauen kann. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ich stehe hier voll blöd. Ich stehe hier voll blöd. Und ich gehe da lang. So, das war ein Streifschuss. Ach, was haben wir denn da? Ja, wenn man vorsichtig ist, werden die Runden auch etwas länger. Wobei sie für einen selber auch relativ kurz werden können. Wenn man sich etwas überschätzt. Habe ich gestern festgestellt. Weil es besteht natürlich jetzt die Chance, dass man, wenn man alleine rumrennt, auf einmal in einer Gruppe von 12, vor allem nicht ein Max drin steht. Und das ist ein bisschen, ein bisschen sehr schitte. Und ich stehe auch bescheiden. Und ich bleibe dabei. 64 kmh für Medium. Ich bin zu langsam. So. Ich bin jetzt mal ganz, 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 ganz mutig hier. Lass mich mal von dem AMS beschützen. Das ist... Das ist ganz schlecht hier. Weil ich stehe hier nämlich jetzt vollkommen alleine auf weiter Flur. und habe nicht die Geschwindigkeit, um alleine irgendwo hinzukommen. Da haben wir einen Dragonslayer, was schon mal ganz schlecht ist. Da stand da irgendwo noch ein Jägerjäger. Ich lass mich mal da zurückfallen. Normalerweise, wenn wir jetzt hier mit ein paar Mannen lang gehen würden, dann könnten wir wunderschön hinten rum flankieren. Aber es ist eine Packrunde. Ich stehe hier ziemlich mies. Wie immer. Ich vertraue dem Kintaro auch noch nicht wirklich. Also zumindest nicht in der Stock-Variante. In dem Fitting, das ich mir so ausgedacht habe, könnte er ein wenig interessanter sein. Und da kommen die... Das ist... Ich hätte auch gerne schon ein AMS drin. Geht aber noch nicht. Mann. Ich hätte auch gerne die Medium-Pulslaser raus. Oh, und der ist geleckt. ums... Uah. Ich glaube, ich mir... Meiner. So, und das ist auch ein weiteres Problem. Er steigt relativ schnell aus. Mit dem Heatcap. So, und jetzt... Oh Gott, da ist ein Dragonslayer. No, 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 no. Da, zweites Problem. Er bewegt sich relativ träge. Drittes Problem. Da kommt ein Blackjack, der da nicht sein sollte. Dum, 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 dum. Der Blackjack ist shit. Der ist total shit. Ich frage mich immer, wie die Leute... Oh Gott, ich bin tot. Ich frage mich immer, wie die Leute ihre Blackjack so stabil gekriegt haben. Mein Blackjack, der ist immer sofort geplatzt. So, wo ist der Rest von meinem Team? Wahrscheinlich tot. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh. Da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Aber Komponente zerstört. Und da kommen die Nächsten. Und ich stehe total scheiße. Ja, ich bin so tot. So fucking dead. Come on. So. Wow. Egal. So, ihr habt den Kintaro gesehen. Eigentlich ein relativ cooles Ding. Und... Die Runde hätte auch besser laufen können, wäre mein Team ein bisschen anders gewesen. Und ich werde diesen Mech auch umfitten. Weil er ist cool. Also gerade diese Short-Range-Missar-Blasterei kann echt Spaß machen. Wenn man denn schnell genug rankommt und schnell genug wieder wegkommt. Das ist nämlich ein Prinzip meines Bildes, was ich mir überlegt habe. Aber das sehen wir in der nächsten Folge vom Samstagabend-Reiher. Ich hoffe, ihr schaltet dann wieder ein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Bis dahin. Und tschüss. Bis dahin. Bis dahin. Vielen Dank.